Daily Vlogging is back. Letztes Jahr habe ich sowas schon mal gemacht. Sogar genau um die Zeit umgenaut zu sein. Da bestand mein Daily Vlogging aber daraus jeden zweiten Tag was hochzuladen, weil ich dann den anderen Tag immer schneiden konnte und ich wollte es noch nicht übertreiben. Diesmal ist das aber anders. Diesmal ist es aber tatsächlich Daily. Jedenfalls versuche ich es Daily zu machen. Wir wissen alle, wie gut ich meine Pläne und Vorsätze einhalte. Es wird wahrscheinlich endlich mal Videos geben. Also dieser Kanal ist nicht länger inaktiv. Aber diesmal glaube ich, dass es wirklich klappt. Hoffe ich. Der Wille zählt. Ich weiß noch was für Probleme ich letztes Jahr damit hatte, an sich überhaupt alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Aber meine Taktik für dieses Mal ist einfach, so lange zu machen, bis ich es kann. Egal wie lange ich an dem Schnitt sitze, egal wie lange ich aufbleiben muss, es sind Ferien. Ich mache es so lange, bis ich es kann. So, bis ich es ganz schnell. Wir werden das. Bis zum nächsten Mal! Wobei ihr euch befestigt, hier bin ich so lange. So, bis ich rein. So jetzt. Und dann bitte in den Moment. So. So, bis ihr mit dem Schnitt? Wir sind die Däumen. Oh, was wird der Einge? So sieht gut so. So, dass ihr am nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben übrigens Silvester und letztes Jahr war ich auch schon genau hier in dieser Küche. Da haben wir noch um halb zwei Uhr nachts gekocht. Lissi steht im Hinter... oh, nein, sieht man gar nicht. Dieses Jahr ist es aber anders als letztes Jahr. Dieses Jahr kochen wir nicht um halb zwei Uhr nachts irgendwelches Zeugs, Stamts, Essen. Nein, wir gehen heute auf eine Party. Party! Und Feier! Hast du heute Party? Wir gehen auf eine Party und ja. Du hast es gerade nicht verstanden. Feier! Du hast es gerade gemeint, oder? Nein, habe ich nicht. Das Spongebobchen, kennst du das nicht? Ach, da! Ich mache heute Party, machst du heute Party? Ah! Richtig traurig. Ich habe es verstanden. Ja, aber zu spät. Ich habe es verstanden. Du könntest sagen. Das ist aber zu spät. Hätte ich das nicht mehr toleriert? Nein, das wird nicht toleriert. Genauso wenig Rechte, wie du hast, ey. Ja, Frauen haben keine Rechte, ne? Liebe Grüße, eh. Ich glaube, du würdest gerne was essen, ne? Du hattest auch Hunger. Knuffiger Hund. Ich darfst, wer mit 30 Minuten will. Wobei? Ja, das einzeln. Was? Ich darf nicht, dass ich helfen will. Ich darf nicht nach auf. Das war's, was ich jetzt? Oh, what the f**k? Oh Gott! Oh Gott! Das sieht langsam echt einfach nur noch krank aus, als wäre hier überall was hoch... äh wow.